Unternehmenskasse oder Versicherungslösung, interne Lösung oder externe Lösung, Wertschöpfung im Unternehmen oder Wertschöpfung bei der Versicherungsgesellschaft, das sind Fragen, die man im Rahmen einer betrieblichen Alterssorgung beantworten muss. Ich möchte Ihnen nachfolgend die Unternehmenskasse als echte Alternativlösung zu einer versicherungsgedeckten, zu einer versicherungsförmigen betrieblichen Altersversorgung darstellen, ohne hier sehr tief auf die weiteren betriebswirtschaftlichen Mehrfachnutzen und weiteren Betriebswirtschaftlichen Mehrfachvorteile für den Arbeitgeber einzugehen. Sehen wir uns das Beispiel Gehaltsumwandeln an. Bei einer Gehaltsumwandlung wandelt ein Mitarbeiterentgelt Gehaltsbestandteile um und dieser Betrag wird eins zu eins vom Arbeitgeber an die Versicherung überwiesen. Dieser Weg ist eine reine Einbahnstraße. Von hier gibt es kein Zurück zum Arbeitgeber. Das Geld ist weder beleihbar, noch ist es rückholbar, noch ist es kündbar. Es ist eine Einbahnstraße und bleibt bei der Versicherung, bis diese letztendlich an den Arbeitnehmer auszahlt. Vorher als ganz wichtiger Punkt zahlt die Versicherung, beziehungsweise nimmt sich die Versicherung Kosten für Verwaltung, für Gewinne, für Provisionen, für den Außendienst oder natürlich auch Abschlussgebühren für den Innendienst, für die Versicherungsgesellschaft selbst. Und nur ein Teil geht an den Arbeitnehmer. Das ist ein System, das allen bekannt ist. Es dauert sehr lange, bis die eingezahlten Beiträge vorhanden sind. Bei Kündigung bei Storno sind entsprechend nur geringe Teile vorhanden. Die Unternehmenskasse funktioniert hier betriebswirtschaftlich vom Nutzen her ganz anders. Der Arbeitgeber überweist auch an die Unterstützungskasse auf Basis des Gehaltsverzichts im Rahmen des 4D-Einkommensteuergesetzes an die Unternehmenskasse. Das kann manchmal schon einiges mehr sein, was zusätzliche Steuervorteile für den Arbeitgeber bedeutet. Er beweist auch VWL-Umwidmungsbeiträge in die Unternehmenskasse. Und die Kosten, die bei der Versicherung sind, die bleiben als Mehrgewinne, als Überschüsse in der Unternehmenskasse. Das heißt, das Geld wird eins zu eins angelegt, eins zu eins wird für den Mitarbeiter verzinst und es entstehen dadurch zwangsläufig Mehrgewinne, Überschüsse, Mehrleistungen für den Arbeitnehmer. Die Mehrgewinne kann der Arbeitgeber natürlich wieder nutzen, um Zulagen für den Arbeitnehmer zu leisten. Also eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Abhängigkeit im Verhältnis bzw. in Relation zu dem, was der Arbeitnehmer selbst für seine eigene betriebliche Alterssorge gemacht und aufgewendet hat. Die Unternehmenskasse leistet dann an den Arbeitnehmer und sie hat noch einen ganz entscheidenden Vorteil über hinaus. Die Mehrgewinne, die Überschüsse, die werden nicht nur an den Arbeitnehmer als Arbeitgeberzulage ausbezahlt, sondern dienen auch der Arbeitsplatzsicherung, der Unternehmensstabilität und der Wettbewerbsstärkung. Damit werden auch die strategischen Anforderungen Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Fach- und Führungskräftegewinnung erzielt. Die Unternehmenskasse unterliegt keinen Anlagerestriktionen, das heißt, das Geld kann auch frei im Unternehmen eingesetzt werden. Und als weiterer ganz entscheidender Vorteil, das Geld wird nicht in Staatspapieren angelegt, sondern bleibt als Realwert im Unternehmen beziehungsweise wird in Real- und Sachwerten am Kapitalmarkt angelegt, ganz nachdem, wie der Unternehmer das Ganze für sinnvoll oder für richtig und wichtig hält. Für den Arbeitnehmer besteht immer zu 100% Insolvenzschutz beim Pensionssicherungsverein. Pensionssicherungsverein Pensionssicherungsverein